Ab dem 1.8.2013 haben Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen Anspruch auf Betreuung in einer Kita. Dies bedeutet, dass die Städte, Kommunen und Gemeinden dafür Sorge tragen müssen, dass die Betreuung stattfindet. Sie können sich also jetzt nicht mehr darauf zurückziehen, dass die Kapazitäten nicht mehr stimmen, sondern die Plätze sind zu schaffen. Sie sollten, wenn Sie also einen Platz in Anspruch nehmen wollen, vor diesem Zeitpunkt, drei Monate vorher, einen Antrag stellen, damit die Gemeinden und Städten sich auch darauf einrichten können. Oft werde ich gefragt, was nach dem Antrag denn passiert. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Das Schönste ist natürlich, dem Antrag wird positiv beschieden und dann ist alles gut. Aber häufig passiert auch gar nichts. Sie hören nichts mehr von der Behörde. Dann haben Sie die Möglichkeit, nach Ablauf von drei Monaten eine Untätigkeitsklage zu erheben vor dem Verwaltungsgericht. Kriegen Sie einen abschlägigen Bescheid, sollten Sie im Rahmen eines Eilverfahrens vor dem Verwaltungsgericht tätig werden, damit möglichst schnell über diesen Anspruch des Betreuungsplatzes entschieden wird. Ein solches Eilverfahren müssen Sie beim Verwaltungsgericht einleiten. Der Verfahrenswert beläuft sich auf 2.500 Euro. Die Kosten belaufen sich für den unmöglichen Fall, nein, für den sehr unwahrscheinlichen Fall, so muss ich sagen, auf vielleicht 700, 800 Euro. Mehr ist das nicht. Aber da der Anspruch so fest ausgestaltet ist, ist ein Verlust eigentlich kaum möglich. Also eine Verpflichtung, sich sofort in anwaltliche Beratungen zu begeben, gibt es natürlich nicht. Sie können sowohl den Antrag selber stellen, als auch die Klage von dem Verwaltungsgericht selber zu erheben. Allerdings ist es manchmal mit Fallstricken verbunden. Sie müssen an das richtige Verwaltungsgericht und Sie müssen auch den Antrag richtig stellen. Und eine schlüssige, stringente Begründung gehört natürlich auch dazu. Wenn Sie da weiter Schwierigkeiten haben, empfiehlt es sich, sich bei Ihrer Rechtsschutzversicherung zu informieren. Die wird Ihnen da sicherlich weiterhelfen. Zusammenfassend wird man sagen müssen, dass man abwarten muss, was uns das Gesetz bringt. Die Städte und Gemeinde haben natürlich geplant. Sie haben etwa 30 Prozent an Kapazitäten geschaffen. Ob sich die Familien in Stadt und Land dann daran halten oder ob sie weit mehrere Kinder anmelden zur Betreuung, das müssen wir mal schauen. Wenn es in diesem Rahmen bleibt, ist alles gut. Aber darüber hinaus haben wir dann ein Problem. Was ist mit den Kindern, wo betreuen wir sie und was ist mit weiteren Ansprüchen wie Verdienstausfall oder private Betreuung. Das sind dann Ersatzansprüche, die man stellen muss. All das bleibt erstmal abzuwarten. Aber was man nur empfehlen kann, ist, wenn die Familien sich für eine solche Betreuung entscheiden, stellen sie frühzeitig einen Antrag. Und zwar nicht erst ab dem 1.8.2013, sondern heute.